Wenn ich umsonst Sprintium geholt, jetzt wird bloß noch springen eigentlich. Hallo, wer seid ihr? Hallo, wer seid ihr? Hallo, wer seid ihr? Ja, wer seid ihr? Ich fress dich erstmal auf. Jamm, Jamm, Leichenfledderer, Leichenfledderer. Irgendwo sind wir Hunger? Achso, da ist unsere Anzeigen. Was ist das eigentlich für welche hier? Wollt ihr denn hier eigentlich? So, wollen wir ein bisschen freudig, wir gehen laufen. Na 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 na. Beindrücke 6 M, okay. Na 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 ne. Oh, was haben wir denn hier? Oh, die sind stachelig. Ah, ich weiß nicht. Erstmal hier, 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 hier. Erstmal doch. Zwei Fote, Spritzbekanzen, Geschwindigkeit. Aha. Ihr seid uns gegenüber aggressiv, ja? Ja, ja? Ihr seid aggressiv, ja? Dann siehst du, dass du Land hier rennst. Wir machen dich fertig. Ich nenne nicht irgendwas, was ich anreißen. Ich helf, ich geb ihn. Ich hab was aufgedehnen. Dann haben wir hier hinten noch einen. So, dann passen wir uns mal an. So, was kann man denn hier alles? Ich hab das noch nie so richtig gespielt, damals. Bis hier war ich immer neu aufgehört, wenn mir zu blöd war. Wo wollt ihr hin? Ja, Bande. Juhu, Leute, Juhu. Verbündeten rufen des Backspace, okay. Also, ich könnte jetzt hier zum Beispiel... Ihr kommt nicht ran. Okay, gut. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel einfach hier eine Pflanze fressen. Hab jetzt natürlich weggeklickt, weil das die Steuerung irgendwie komisch ist. So, jam 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 jam. Wir sind erstmal freundlich unterwegs. Gucken wir mal. Oh, guck mal, da sind welche. Ach, das sind meine Leute. Hallo. Papi ist zuhause. Ja, ich geh die ja schon an den Hintern. Ist ja schon in Ordnung. Also, das muss ich ändern, sieht ein bisschen komisch aus. Pim ... Pim ... Ein... äh, Ei? Oh, ein Ei? Okay. Nee, jetzt wird abgedanst. Also, neuer Jahresenden in der Testlauf, wo wir dann Partnership ausnehmen. Ach so, da ist denn hier... Testlauf. Okay. Okay, also ich habe jetzt, was ist das hier, kann man das genau sehen, was das ist, das ist, achso, das ist die Pfotenart, wo er sich hat jetzt genau, was das ist, also ich kann, ich habe Geschwindigkeit hoch, ich kann singen, okay, rammen, okay, beißen. Ich überlege, was ist jetzt, was ist jetzt toll, deine Tanzen zu können, ist eine Art, sich auszudrücken, das weiß ich noch, der hat hier zum Beispiel alles, ich mache das mal so, ich gebe dir mal, iiih, wie sieht das denn aus, nein, man, geil, flug, 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 Ja, das machen wir mal, das ist echt witzig. So, das passt schon, dann setzen wir die nach vorne und geben dir eigentlich noch so ein paar Beine. Was ist das, das sind Arme und Beine, okay, dann haben wir hier, was habe ich da jetzt ran gemacht, die hier, ne? So, ah, nein, 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 die bleiben schön, so wie sie sind, hier wollte eine die Beine abreißen und flug, flug, dran machen. Die sind so witzig, die Dinger. Ah, diese Kreation dauert immer so schön lange. So, dann müsst ihr doch hier, so, und, ne, nicht ganz. Ich würde das gerne, ja, das kommt schon in so eine Richtung langsam, ne, mal gucken, welchen wirbel ich hier greifen muss. Auf weia, das sieht ja aus. Wurde jetzt das ganze Ding nicht so hoch haben, das ganze Vieh eigentlich, so. Er sieht schon interessant aus, ja? Also, die Möglichkeiten, die man hier hat, sind echt toll, muss ich sagen. Mal das hier ein bisschen größer machen. Wir entwickeln uns ja jetzt weiter, Leute. Wollen wir mal einen Testlauf, mal gucken. Sieht ein bisschen komiklich aus, aber es kommt schon in die Richtung, auf jeden Fall. Also, will ich das jetzt noch so machen? Sieht fast aus wie so hundmäßig. Das war eigentlich mein Plan, dass ich das so in die Richtung drehe. Ein Stück nach vorne. Nein, 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 nein. Ich will den ganzen Beinen nach vorne, ein Stück. So. Das hätten wir, dann ist das hier. Kann man das nicht wie verstecken? Das sieht witzig aus. Naja, eigentlich nicht, aber... So, so sieht man sie nicht so doll und es sieht fit sich aus. Die gehen mir jetzt so, dann haben wir... Na ja, gut, können wir so lassen. So, jetzt nochmal eine Runde laufen hier und dann gucken wir mal. Okay, ist also ein bisschen gewöhnungsbedürftig dann, ist das das Steuern an sich. Also, wie ist immer vorne. Schade, dass der Charakter sich so nicht mitdreht, wenn ich den Blickwinkel drehe. Aber halt diesen blöden Klicks kann man das ja auch machen. Weil ich mir noch nicht sicher bin, was die Füße angeht. Kann ich die nochmal für den selben Preis verkaufen? Ich glaube ja, ne? So, ich hätte auch lieber irgendwas Sinnvolleres. Gecko-Beine. Gecko-Beine? Ne. Sieht komisch aus. Vielleicht? Hm, ich bin mir da unschlüssig. Muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ja, ich krieg immer denselben Preis zurück. Ist gut. Ne, das passt ja mal gar nicht. Auch nicht. Ich bleib bei den Saugdingern. Die sind witzig. Was wir noch machen müssen, ist, dass die Augen so ein bisschen richten. Ups, so nicht? Ein bisschen kleiner vielleicht. Das Ding weiter nach unten. Das mehr so. Ich muss den Kopf irgendwie noch ein bisschen verbessern. Aber es kommt langsam in die Richtung. Gut. Weiter geht's. Neu equippt. Vielleicht sehen die alle so aus. Yay. Guck dir an, den hübschen. Piii. Ja, Mami. Dir fast gesagt. So, dann geben wir mal ab hier wie die Schmitzkätze. Plplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplpl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wer seid ihr denn? Wir wollen, äh, so. Hallo. Satten Tanz. Okay, ist ja in Ordnung. Dann wollen wir nicht mit euch befreundet sein Tür. Wobei, die kriege ich doch mit dem Verzeug rum, ne? Na, 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 na. Mit meinem Komischen Saug. Dinger da laufen. Äh, gehen wir mal nach vorne. Was ist denn da schönes? La, 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 la. Oh, die sehen gefährlich aus. Oh, die sind doch gefährlich. Hallo. Klopp, klopp. Tanzen, okay. Und singen, jawohl. Freundschaft, juhu. Mit Affengesichtern. Hey, Affengesicht, wie geht's dir? Mir geht es gut. So, wenn du mit zwei. Mompowuck. Hallo. Nochmal, wunderbar, und am besten nochmal singen oder tanzen, dann ist das Gönste vorbei. Ach, leck mich, kann ich nicht. Ich hab hier ne Arme. Gibt's hier irgendwo so ein, so ein, so ein, so ein Skelett oder sowas? Dann wollen wir mal ein bisschen rennen hier, was? Das dauert ja ewig, bis man am ankommt. Unsere Saugstampfers. 15, äh, nee, die wollen wir nicht angreifen, du. Ich geh wieder zurück. Ich geh nach Hause. Zurück nach Hause. Könnt mich ja theoretisch mal jemanden, äh, anschließend, ich hab fast gesagt, einfach mal kurz gucken. Aber mit dem kann ich mich anfreunden, die können nichts. Oder eigentlich können ich auch fressen, eigentlich, aber... Aber so sind wir nicht. So, wir wollen, äh, hallo, hallo. Hallo, wir wollen singen, alles klar. Ihr könnt nix anderes, ich merk schon. Eindrücke 3, Coco, irgendwas hier, hier, am Ranier. Easy Mode und du auch noch. Und erledigt. Tada! Jetzt könnte ich die noch fressen, glaub ich. Meine Verbündeten, gut, gut, gut. Gut, gut, machen wir mal hier. So, jetzt wollte ich nach Hause. Hause, 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 Hause. Zap, gib ihm. Das stimmt, wie überall so Teile rumliegen, einfach mal. Ich brauch jetzt ein paar Hände. Ich komm ja mit den Affen irgendwie nicht klar da. Äh, futter mal. Wir wollen ja nicht, dass du verhungerst, ne? Was? Das Ding hab ich, glaub ich, angegriffen, ne? Na, was ist mit dem jetzt? Okay, der dreidelt einfach weg. Dann fressen wir die noch auf in der Zwischenzeit. Ah, ist das schön. Äh, wir laufen rückwärts und laufen wieder vorwärts. So, die sind vernichtet. Nichts. So, ich muss mir erst mal Arme dran machen und irgendwie Waffen. Muss irgendwie mehr Damage machen hier. Halt, bevor wir loslegen, klein, dann machen wir erst mal hier. Liegt halt so Kram. Ah, dann bin ich ja mal gespannt, ne? Vor allem dieses pumpende Saugzeug oben am Kopf, wie das aussieht. So einfach geht das, ja? Einfach hinsetzen und einigen? Das kenne ich irgendwoher.